So, hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute gibt es mal was ganz anderes, da gestern PlayerUnknown's Battleground rausgekommen ist, ein Battle Royale Spiel und ich das gestern mit dem Mike, dem Sky Trapper oder hier Admiral Sky bisschen im Duo gezockt habe und dachte ich mir, euch bringe ich mal eine schöne Runde davon, weil es ja auch irgendwie ein Ranking, weil man kriegt, wird bewertet und es gibt eine Rangliste sozusagen und es gibt ja immer den Sieger in jeder Runde, dachte ich mir, das passt mal ganz gut, ich habe ja auch mal Hearthstone zwischendurch gemacht. Deswegen wünsche ich euch heute viel Spaß, damit ist sozusagen ein kleines Special zum gestrigen Release auf Steam als Early Access und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich es hatte beim Aufnehmen. Aber hier sind echt viele rausgegangen mit uns, die verteilen sich zwar wahrscheinlich ein bisschen, aber hier sind halt echt viele Häuser, hier werden aber fast in jedem Häuser-Sammlung einer sein mindestens. Ja, natürlich. Deswegen ist auch die maximale Zahl mit 100 Leuten, mehr geht nicht. Bisher. 100 Leute sind aber schon viel, dafür, dass es so flüssig läuft. Ich weiß nicht, ja. Also, ich stelle Armour vor Armour, sind teilweise 64 Leute und die Server scheißen, die da teilweise richtig rein sind. Also, bis jetzt sehe ich niemanden, der bei uns hier landet, direkt zumindest. Ja. Oh mein Gott, sind das so viele. Los, geh runter. Oh, ich liebe diese Superhelden-Landung. Oh, das ist so ein echt geiles Rundaus sogar. Ich muss jetzt durch die Wand. Rucksack. Ich bin hier in so einem großen Haus drin. Painkiller. Nee. Turathime. UMP. Ich habe auch eine UMP. Gut, dass man die Magazine dazu finden muss. Ich konnte nur eine Acht aufnehmen, willst du mich verarschen? Ach komm. Ja, vielleicht ist Rucksack? Ich habe irgend so einen... Ich habe noch keinen Rucksack. Ich habe einen Benzin-Kennester gefunden. Können Leute abfackeln damit? Ja, kann man. Nice. Ich glaube, ich habe meine Lieblingshobby gerade gefunden. Ich habe keinen Space mehr. Ich habe nur einen UMP und sonst habe ich keinen Space mehr. Warte. Ich gebe mir Combat Pants, Masker Waste. Nein, dann geben sie mir nicht. Oh, die Pistole mit der gleichen Munition wie meine UMP. Das ist natürlich dumm. Ich höre Schritte bei mir? Ne, Schüsse. Uh, ich dachte schon, Schritte. Painkiller, Painkiller, Painkiller. Oh, Stufe 3 Rucksack. Ich finde auffällig viel 7.2 Harmonie. Ja, aber keine 7.2 Waffe. 7.2er ist AKM, ne? Deswegen. Ich habe 56er schon gefunden. Oh, gut sie. So, Painkiller. Okay, jetzt habe ich keinen Space mehr. Jetzt brauche ich wieder was. Äh, wenn du ne Dingens hast. Na? Und jetzt nehme ich die Waffe. Oh mein Gott, ich habe alles für eine MP gefunden. Einfach. Alles? Ich habe Griff, Magazin und Kompensator. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr anziehen. Danke. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, was war das? Ach, Schneffe. Schuhe, Revolver, fuck. Ich finde keinen Rucksack. Mal kurz die Uzi nachladen. Hier liegt übrigens nur noch eine Weste, falls du noch keine hast. Ernsthaft? Nice. Ja, aber hier liegt noch eine Weste unten. Umbedingt eine gebrauchen. Räte, Pistolen, haufenweise Pistolen, wenn du nicht brauchst. Pistols, Pistols. Pistols, hey. Ja, ja, ich komme von hinten einfach. Warst du denn hier noch bei Häusern überall schon? Äh, nein, nein, weiß nicht. Sehr offen. Good service, nice, sehr schön. Zumindest eine Stufe 1, was du besser auf nix. Ah, deswegen. Oh, im Rucksack. Sehr gut. Okay, du bist da. Wir sollten echt aufpassen. Warte, was soll ich eigentlich machen, dass wir so viele sind? Herr, Polizei, Westen. Luftklappe. Noch ein Rucksack ist hier, wenn du noch keinen hast. Ich habe einen Stufe 3er. Oh, lol. Du hast mir mal angesagt. Ich habe einen Stufe 3er. Hä, habe ich doch eben gesagt, oder? Ich bin kein Pleb. Ich habe einen Stufe 3er Rucksack. Ach so, die Tür sind jetzt zu, wenn du reingehst? Ja. Okay. Bist du unten also schon durchgeloadet? Ähm. Sieht so aus. Nein. Oh, die Smokerin hast du nicht gefunden. Aber ich habe eine Cyga gefunden. Nice. Wo wäre ich ziemlich happy wäre. Wir sind noch im Playgebiet sogar. Wir können alles in Ruhe looten. Aber dich noch hier ist ein Tier. Motorcycle helmet. Hier ist noch auf einer Tür. Die mache ich mal zu. Schwarzes T-Shirt. Das ist doch besser als ein weißes. Das war schon. Ich glaube, du läufst hier rum, ja. Ja, ja. Nee, ich habe mir gerade diesen einen Schuss gehört. Ja, den habe ich auch gehört. Aber ich meine, weil du hier rumlust, weil ich gerade dachte, ich habe Schritte gehört. Ich komme rein, ne? Ich mache die TV dazu. Ja, habe ich einen Quickdraw. Ich habe schon einen Quickdraw auf der SMG. Ach, ich glaube, ich war ja schon so. Oh, hier ist eine Stufe 2, ey. Blas, nee. Nee, wusste ich nicht. Das war verdammt nah, das für ein Zeug. Das war direkt über uns, ja. Ey, Garage, ist hier irgendwas? Außer in der Westen. Nee, ich habe hier schon. Ah. Weste, Camo-Weste. Wupp, wupp. Bin ich nicht fancy? Oh mein Gott. Hey, das ist eine Brille? Also hier oben war ich schon, ich habe schon alles geholt. Hier ist nichts mehr, okay. Also wir haben eine Brille. Nee, ich habe eine Gasmaske. Wir müssen Richtung Süden, wir müssen Richtung Süden. Wir sind momentan immer noch in der Play Area drin. Ja, lass uns Südosten laufen direkt. Dann haben wir ein bisschen, sage ich mal, Space. Südosten ist der, okay. Ist du wirklich auf den Open Space drauf, ja? Wir können ja nicht anders. Davon steht ein Buggy. Du darfst schneller ohne Waffen in der Hand, ne? Wie mache ich die Waffe weg? Äh, X ist, glaube ich, Standardwaffe weg. Wird mir nicht schon umgelegt. Deswegen. Wollen wir den Buggy mitnehmen? Das ist halt so superlaut. Weiß nicht. Bin kein Fan von dem Buggy. Solange man den nicht fahren muss, würde ich im Zweifel nicht fahren. Ich habe jetzt vorsichtig, weil ich denke, hier könnten... Wobei, hier sind keine gelandet, aber können halt trotzdem sein, ne? Trotzdem Waffe rausholen. Ja, logisch. Hier steht ein Dacia. Wie gesagt, aber trotzdem... Hier sind Türen zu. Ja, das sieht nicht so aus, als wäre jemand gewesen bis jetzt. Smoke Grenade. Quick Draw SMG. Compensator. Oh, Stufe 2 Helm. Was ist das? Oh, Stufe 2 Weste. Das sind echt merkwürdige Schüsse. Ja. Oh, ein Red Dot Sight. Das nehme ich doch für mein Ding. Was ist das? Was ist das? War Auto? Haben wir die Türen zugemacht? Er fährt weiter. Ja, unten ist zu. Oder? Ja, er fährt weiter. Er ist Richtung Nordosten gefahren. Ich glaube, der steigt da aus. Ich habe zumindest nie mehr gehört. Ja, ja. Also, ich habe ihn noch verfolgt. Äh, nichts. Ja, mit meinem Arm. Ich weiß wohl. Aber weißt du, was ich meine? Compensator SMG? Höh? Ach, Compensator SMG ist das da. Das ist das auch noch das andere Gebäude. Und dann können wir da hochgehen. Hier oben ist nichts mehr, oder was? Ne. Oh, du einen hat Skyl, Alter. Die Skyl habe ich heute auch schon gehabt. Hat mir nur nichts gebracht, so richtig. Ach, der sieht stark drauf. Hier ist noch eine 45er ACP und eine Frag Grenade. Bandagen. Ne, ich jetzt. Da drüben geht's ab. 100 Meter Munition. So, stattdessen mehr Muni. Das ist ein Buggy. Das ist ein Buggy. Fährt aber weiter. Oh, der hat angehalten. Oh, schade. Hits hat er gekriegt von mir. Aber. Das hat mir nicht gefallen, Alter. Ne. Also, Hits hat... Du hast einen Schalldämpfer, du. Also, höhö. Hab ich nicht? Boah, das hätt mir fast verpasst, Digga. Was denn? Ne, ähm. Dich, ähm. Dings hängen. Ist noch eine UMP? Ja, das ist meine. Deswegen. Achso. Moment. Dann soll ich die Munition vielleicht nicht aufsammeln, sondern dir geben. Ne, ich hab noch 200 Schuss für die. Soll ich die Säger jetzt nehmen? Naja, nenn die Säger, nenn die Säger. Oh, 60, Digger. Danke. Ach, das... Ja, komm! Oh, ich hab kein richtiges fucken Scope dafür. Das ist unschön. Aber ich brauch noch Munition. Ich hab keine Schrotfläden, Moni. Hast du keine Schrotfläden? Keine einzige. Also wenn du keine Schrotfläden hast, würde ich die gerne haben. Ja. Danke. Ah, da kommen zwei, da kommen zwei. Ich geh hoch. Ab einen. Hab den zweiten. Aber ich bin angeschossen dafür. Das sind noch Schüsse. Ich hab ihn, ich hab ihn. Willst du? Oben? Ja, ich hab ja zum Glück zehn Bandagen. Ich bandisch ihm nicht mal. Boah, ich hab die erst im letzten Moment gesehen. Die haben mich jetzt echt erschreckt, die beiden. Wie ist denn die Map? Ist immer noch gut, sicher. Sehr gut. Ja. Ich mag das zwar einfach nicht, dieses Gebäude hier sind so viele Fenster. Aber ich find's eigentlich ganz gut, weil es sind immer große Fenster. Da kann man wirklich, wenn man ein bisschen Übersicht, bei den anderen Gebäuden hast du echt keine Übersicht. Ja, okay, ne? Ich hab übrigens, da hast du doch eine AR, ich hab für dich einen Compensator. Oh, da hab ich ja nicht bewegt. Ja? Ähm. Ja. Eins. Pass doch kurz auf Treppe auf, da mach ich den gerade. Oh, schön, Alter. Ich weiß. Oh, die haben mir meinen Helm runtergeschossen, die Arschgeigen. Fürst Aid Kit, Holographic Visier, kann ich nicht benutzen, würdige Foregrip. Kannst du's mitnehmen? Für mich? Holographic kann ich mitnehmen, ja. Stun Grenade, ne Police West, oje, so gut wie durch ist, fuck. Sorry. Hier ist noch eine M16 dabei. Hast du mal das Standardvisier von der M416 gesehen, Alter? Das ist Bullshit. 12 Gauze, das brauch ich nicht mehr. 7,6 Millimeter. Backpack Level 2, den hab ich noch nicht. So. Helm, was ist mit Helm, oder hab ich den auch runtergeschossen? Ich hab keinen gefunden, zumindest. Wir sind noch im Dings. Ah, die Police lässt sich so gut wie durch. So gut wie nicht durch, so rum. Oho, hier kommt was. Hier kommt was, ich brauch Hilfe. Ja, c's. Hab einen getroffen. Alter, hast du ausgestiegen? Wo? Hier, oder? Nee. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Okay, da hat der. Dann ist der einfach nur ausgestiegen. Also einen von denen hab ich auf jeden Fall gehittet. Such. So, wie ist denn die Play Area? Wir sind immer auch da noch. Sehr gut. 7,6 Millimeter hab ich jetzt nen Haufen Zeug. Du wolltest nen Holographic Resier oder nen Red Dot, warst du denn dir lieber? Nee, egal. Die kommen wieder. Ich hab's rausgeworfen. Ist ne Wache. Die haben vor... Haben die hier unten angehalten? Nee. Das hört sich nur so komisch an. Die fahren hier nur rum. Brauchen nicht schießen, glaub ich. Ja, ich hab auch gemerkt, dass es so gecodet ist, dass du wirklich das Ding schießt. Ich hab glaube ich nur geguckt, ob wir weiter looten. Ja. War dann immer halt ein einfacher Beute gewesen. Mag das nicht, dass die jetzt da oben sind. Ich glaub, wir sollten auch weiter. Definitiv, wir sollten mehr Frieden der Channel nehmen. Dann nach Süden, ne? Müssen wir ein bisschen. Ja. Da ist so ein... Ja, da ist so ein kleines Haus mit einem Wald. Da kommt mehr rein. Kennst du die Map schon, sag mal? Ja. Aber ich guck auf die Map permanent. Hammer, mehr her, nix. Zück hier. Okay. Wieso nicht? Weil da noch ein Dacia in der... Ding stand, in der Garage. Wir können halt jetzt Auto nehmen, wenn das Liebe ist. Es ist halt nur auffälliger, weil man hört halt ein bisschen weiter, dass man jemanden da wo durch die Gegend kurvt. Ja, ich will halt gerade nur weg von denen, weil das Problem war halt, dass die jetzt da oben auf den Berg gefahren sind. Fährst du oder ich? Oh. Oh. Bist du drinne? Ja, okay, komm. Schnell, schnell, schnell. Ich... Ich höre jetzt nicht einfach an. Die draußen einmal komplett rechts rum. Rechts, okay. Links, rechts, rechts, rechts. Jetzt bin ich rechts gefahren. Einfach, einfach, einfach. Ich habe keine Lust, irgendwie eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Genau, jetzt einfach. Ein bisschen weiter links. Oder du kannst da hinten, glaube ich, hochfahren, oder? Auf der linken Seite, dem Berg. Nicht, dass du die kompletten Steigung hoch musst, sondern da die leicht an. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst hier so oder da hoch. Ja, ja. Wie gesagt, auf dem Berg ist das Ding aber kacke. Da wusste ich nicht wundern, wenn man kommt super langsam. Boah, es geht sogar. Es geht sogar. Oh, weil rum ist ein Haus, da würde ich mich gerne mal reinsetzen kurz. Ich hoffe, dass es noch niemand ist. Das ist so ein bisschen das Punkt. Ich brauche es noch ein bisschen seitlich an. So zu sehen, wo es los ist. Türen sind zu. Türen sind zu. Ah, oh mein. Da haben wir hier stehen. Und dann... Ich gehe mal in einer rum rein. Mach mal, ich habe auch... Ich gehe aber außen rum, mach mal ein bisschen. Ja, das ist klar. Das sieht nicht geloodet aus. Schön, sehr schön. Ich nehme zu viel mit. Oh, was ist das? Taktisches Lager? DM. Meine Waffe, ja. Wieso nimmst du zu viel mit? Äh, DayZ-Mechanics. Ich habe sechs Schnellwechselmagazine für die Pistole dabei. Yo. So, ich nehme mal kurz Painkiller, damit ich mich noch ein bisschen weiter aufpumpen kann. Ja, mach, mach, mach. Ich habe, glaube ich, sogar noch einen Verbandskasten. Ja, ich habe... Ne, ich habe Verbände. Ich kann dir ein First Aid Kit noch geben übrigens. Ja, das wäre nice. Na, was habe ich gesagt? Steuern, genau. Minimum 1, Drop. Kann ich mit dem... Nee. Okay. Halt. Nicht benutzen. Don't. Don't do it. Dankeschön. Ha. Kann man sogar abbrechen. Nice. Ja, ja, das ist, wenn du dich bewegst oder so weiter. Das ist auch... Ne, ein bisschen bewegen geht sogar. Aufstehen. Ein bisschen bewegen geht, aber ich meine, zum Beispiel auch, wenn du anfängst, ähm, die Sitze gucken halt auf. Hier ist noch eine Uzi. Boah, ich meine Rump. Boah, da ist natürlich auch dann UMP Munition dabei, ne? Bei einem Millimeter. Die habe ich jetzt aufgenommen. Ich habe so 180... Ne, 210 Schuss für die UMP. Ich habe 180 plus 40 Magazin. Alter, ich habe halt auch 180 plus 40. Nice. Irgendwie mag ich das Haus hier nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist so verwinkelt und so komisch eng. Ich gehe mal kurz ins andere rüber. So, wir sind das... Wir sind das UMP-Squats. Wir werden alles vernichten. Oh, Muli. Ich komme mit. Ne, hier sind noch... Hier sind noch 30 Schuss für dich. Ich brauche keine 30 Schuss mehr. Alter, ey, ich lasse die Scheiße jetzt liegen. Was soll ich denn wieder ganz... Niemals! Du kannst nicht genug Muli haben. Glaub mir, ey, jetzt gleich so. Ich habe keine Muli mehr. Ja, ja, nach 180 Schuss. Bestimmt. Korrektur nach 250 Schuss. 250 Schuss später. Ich habe ihn immer noch nicht getroffen und er hat auch keine Hörerform mehr. Aber wir versuchen, irgendwie auf den Berg neben uns zu kommen. Ja, können wir machen. Bzw. Ja, wir sind genau in der Play-Area. Also wir versuchen, irgendwie auf den Berg zu laufen. Wahrscheinlich sogar besser als zu fahren. Weil... Unwahrscheinlich, dass wir jetzt nochmal groß laufen müssen. Äh, groß zurücklegen müssen, Strecke. Ja, das hinten schmerzt ein Airdrop. Da gibt es so richtig fetten Waffen. Oh! Aber da wollen natürlich alle hin, ne? Wir können in den Camp? Meinst du, wir... Ihr wollt eigentlich sozusagen auf den Berg hier über uns. Ah ja, können wir machen. Ich mache halt keine Berge, aber der hätte von allen Seiten kommen können, weißt du? Wahrscheinlich. Ja, aber du hast ja auch Umsicht nach allen Seiten. Ich weiß. Die können sich ja nicht wirklich anschleichen so richtig. Wobei, die Bäume machen es vielleicht ein bisschen kacke. Deswegen, so... Ich hätte... Ich hätte wirklich irgendwo ums Haus da oben einfach. Das Haus mir irgendwie... Das war mir irgendwie zu eng. Das Haus da unten, das war ganz nice. Das war schön offen. Und alle Richtung Fenster. Das andere, die waren alle zu eng. Du kannst übrigens auch aus der Third Person visieren, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich will nur halt immer ein bisschen rumschauen. So, das sind... Diese, diese natürlichen Reflexe. Willst du dort in die in das Haus gucken? Wenn du lieber ins Haus willst oder in der Nähe von dem Haus? Ja, wir können das Haus da campen. Ist auch wieder so offen, ne? Das Problem ist, dass das Ding ist ein Raum. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wir müssen ja nicht reingehen, also wir können ja auch nur als Deckung benutzen. Ja. Mal trotzdem mal schauen. Hey! Ich hab drei Schuss in die OP gefüllt. Drei! 30. Achso, ich wollte gerade sagen, wie... Wie findet man denn drei? Naja, eins, zwei, drei, so. Ja, aber normalerweise liegen die ja halt in so Magazinweise quasi da. Mhm. Okay, aber das ist echt offen hier. Das Gelände um das Haus. Deswegen, das ist so eklig. Ja, aber dann gehen wir halt woanders hin. Irgendwann, die Steine oder so. Oberhalb vom Haus. Ich mag das gerade, weil man hier so schön rausgucken kann. Ja, nur dass du dich halt nicht bewegen kannst und von der anderen Seite beschossen werden kannst. Du hast keine Deckung, wenn jemand außen rumläuft. Pst, 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 pst. Mach nicht meine Takt. Ja, nur weil ich hier gerade außen rumlaufe und du kannst dich von meiner Seite fast nicht verstecken. Ah, ich hab was gehört. Nordosten, äh, Nordwesten. Das bin ich, glaube ich, gewesen wieder. Nein, nein, Nordwesten, Nordwesten. Du hast ja hinter mir. Hattest du ein bisschen angelt wie ein Auto. Halt dieses, dieses... Ja, da sind Leute. Ich hab's gesehen. Die sind aber ein Stück weiter unten. Ja? Ja, ich muss mal kurz die Scope umsetzen. Okay. Aber bleibt mit Deckung. Da ist halt noch, äh, wenn du auf die Karte guckst, da ist noch so ein Haus, das gerade außerhalb der nächsten Playzone ist. Da sind die auch gerade gewesen. Ganz hart. Da habe ich zumindest einen rumlaufen sehen, ja, ja. Lass uns, ähm... Da läuft immer noch einer rum, der läuft jetzt nach, äh, Norden. Ich hab das Auto. Süden. Ja, das ist ein Buggy. Schieß auf den Typen oder auf... Schieß auf das Auto, was ich... Womit er gerade wegfährt. Ben, 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 geht in Deckung. Wow. Ich weiß, wo er ist. Er ist, äh, Südwesten. Oh, ich heil mich mal wieder, ne? Ja, mach das. Südwesten? Ja. Das ist aber ein anderes Squad. Da sind hier zwei Squads in der Nähe. Ja. Jetzt muss ich wieder das Visier wechseln. Da kommt noch ein... Oh mein Gott, da ist noch ein Squad. Wir aksen sich doch aber gerade gegenseitig, oder? Ja. Ich seh's nicht. Ich hab ein... Oh, ich seh's. Boah, ich hab die... Ich hab die ziemlich gehittet, also... Hast du gesehen, hinter dem Baum da? Links, oder? Du bist ja leicht links, ne? Mhm. Glaub ich, hab ich gesehen. Bin mir nicht sicher. Ja, die stehen jetzt dahinter. Die müssen da weg, weil die Zone kommt. Ja, ja. Aber das ist ja gerade relativ langsam. Muss nachladen. Was krass machen. Lassen Sie sich Zeit. Ja. Aber sie müssen da raus. Das ist das Schöne. Wir sind halt wirklich gerade genau am Rand. Eine Minute dauert es halt noch. Das ist ja ewig gefühlt. Wir sind ja direkt von meiner Sicht aus zwei Bäumen hinterher. Ich hab' ihm noch mal mitgegeben. Ich hab' ihm noch mal mitgegeben. Ich hab' ihm noch mal mitgegeben. Hast mich... Ich hab' jede Menge Munition. Ich wollte auch mal drauf schießen. Ja, ja. Ja, ich hab's gesehen, wo sie dahinter liegen. Ben, das ist... woanders. Nein, sie schießt doch genau auf den Baum. Das bist du, das bist du. Das bist du. Meine Luft, alle, ey. Pass auf den anderen auf. Ich pass auf den anderen auf, ja? Ich hab' ihn nicht töten können beim Weglaufen. Der andere hat geguckt. Der andere hat geguckt. Oh, schön. Du wechselst die ganze Zeit die Seite, oder? Ja, ja. Schön. Ja, er hat noch mal rausgeguckt bei mir jetzt. Aber da hab' ich grad nachgeladen. Ist er auch gerannt? Er ist ausger... oder? Ne. Er ist gerannt. Er ist gerannt auf jeden Fall. Ich geh' jetzt hier neben uns... Oh, auf den Berg. Zwischen die Steine und die Bäume. Ja, ja. Ich komm mit, ich komm mit. Ich hab' das Gefühl, der eine will uns flankieren. Ich hab' noch 25 Schuss aus so'n kleines Problem. Ich guck' jetzt mal hier runter, ja? Ja. Hast du die gefunden? Ja. Die sind jetzt auch gefällt. Ich treffe aber nicht. Wo ist der? Ich sehe dir nicht. Ich bin verdammt blind gerade, ne? Ich seh'n nicht. Der kann bei dir aus genau hinterm Baum sein. Ach ja, ich seh'n. Wir müssen übrigens dann auch ein Stück weiter demnächst. Er wird da draußen nicht überleben, oder? Okay, vielleicht ist er auch schon raus. Ich guck' mal in die andere Richtung. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir müssen ein Stück uns bewegen. Ich hab' noch 17 Schuss in der Auto. Äh, in der AR. Ja, ich hab' noch 24. Den Rest muss ich mit der UMP machen. Das ist halt auf Entfernung scheiße. Jep. Das ist ein kleiner Nachteil gerade. Aber wir haben, wir haben Munition for days, also das ist auch mal was Gutes. Ja, ich hab' schon mit der Hälfte meiner Munition durch inzwischen. Ich hab' dir gesagt, du sollst dir noch mit der Hälfte machen. Ich hab' glaub' ich alles eingefacht, was ich noch gefunden hab'. Und unter uns wird geschossen auf jeden Fall? Ja. Ich versuch' mal, dort irgendwie nach vorne zu kommen, an die Bäume. Ich guck' am besten mal rechts und links, so, dass halt keiner auf unserer Höhe ist, sag' ich mal. Ja, ich guck' schon rechts. Ich guck' links die ganze Zeit so ein bisschen. Das Problem ist, wir müssen halt eigentlich geradezu... bisschen mehr hier in die Richtung. Ja, aber guck' mal hier, ich glaub' die Bäume hier sind doch ziemlich gut, oder? Ja, und hier sind wir auch wieder drin, oder? Sind wir schon drin? Ja, wir sind drin. Bist du dir sicher? Weil bei mir zeigst du, dass wir noch bei dem Distanzmeter dort noch nicht drin sind? Ja, aber guck' auf die Karte, guck' auf die Karte. Jetzt bin ich drin. Laut Anzeige. Weißt du, um welches Haus sich das jetzt gedreht, alles? Wo wir unser Auto stehen... haben stehen lassen. User disconnected from your channel. Oh man, ey. Da steht unser Auto noch. Das ist so bad. Wir hätten da einfach... Wobei, das war halt super eng, das Ding. Das ist einer drinnen im Haus. Ja, okay. Ich hab' ihn gerade in den rechten Teil gar eingehen sehen. Hab' ich denn nicht Granaten, oder so? Nein. Wenn nicht, kann ich dir welche geben, muss aber zu mir kommen, oder ich muss zu dir kommen. Eh, lass uns das irgendwie machen, wenn gerade... Okay. Steht hinter dir? Da ist... Da unten ist ein Auto, da unten ist ein Auto. Osten, Osten. Ja, das fährt, ich seh's. Ähm... Ich geb' den... Die kommt zu uns, die kommt zu uns. Ben, Ben, Ben. Okay, dann hab' ich dir jetzt nix. Aktiv... Bump aus. Achtung, Stun Grenade! Ben, pass auf, die von hinter dem Haus... Die von in dem Haus auch. Mh... Ich hoffe, ich bin hier. Oh, Scheiße. Ich bin fast tot. Ich hab' einen gedowned. Noch einen angeschossen. Den zweiten. Ich muss meine erste Hilfe-Kaffee benutzen. Der aus dem Haus hat auf mich geschossen. Der flankt, äh, hinter das kleine Haus. Die laufen hinter das kleine Haus. Ben, hast du gehört? Ja, ja. Wir müssen uns aber sowieso bewegen. Guck mal auf die... Auf die Map unten. Wir müssen da jetzt am besten hinrushen. Dann haben wir wieder ne Chance mit der Dings. Ja, äh... Ich geh' auch mal hier... Sagen so... Oh, das ist schön, dass das... ... diese Dings... ... diese Dings hast. Kannst uns am besten direkt ans Haus ran, oder? Achtung, ich werfe noch mal ne Granate. Vor dich. Ja. Nein! Ich werd' ausgenockt. Das ist hier, hier. Hab' einen. Nein! Mein Schalter! Ich hab' selber halt nicht mehr viel Leben. Kaum schon ein Revive-Teammate. Wenn die mich jetzt flankieren, hab' ich ein Problem. Ich seh' erstmal vor uns zumindest nix. Und acht sind noch am Leben. Also noch vier Teams. Äh... Hast du noch Lebensenergie? Ja, ich hab Verbänder. Ich hab Verbänder. Oh, das Ding geht richtig schnell zu. Jetzt... Ben, 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 wir müssen laufen. Ja. Jetzt... Ich müsste einer nach dem anderen laufen, nicht alle beide gleichzeitig. Ja, das wär' besser gewesen. Lass uns da... ... hier unten rein, oder lieber am Haus. In das Auto, oder? Oh, da flog was. Wow. Hier unter uns ist was? Jo. Rechts von uns. Wow! Wir sind noch nicht drin, wir sind noch nicht drin. Achtung. Granate nach vorne geworfen. Nein! Genau neben mir ist einer, genau neben mir ist einer, Ben. Oh shit, den hab' ich nicht mehr gesehen. Kumpel, nein! Ah, vier Kills gemacht. Ah, ich hab' da einen Kill, das macht mich jetzt traurig. Ich hab' vier Kills gemacht. Aber das macht nicht viel aus, das geht dann ins Team. Wieder drei, ne? Ja, ja. Also, wir schlagen uns verdammt gut. Also... Aber gut, die zwei Kills, die wir vor unserem Haus vorhin angehalten haben, die waren ein bisschen geschenkt. Ja, okay. Wieder an der Bushaltestelle anhalten.